Ja, grüßt euch. Hallo, Martin von Schrumpfkopf TV, der neue Trailer. Ich hab gestern, und gestern war der 13.10.2019 auf VK von einem Kollegen mitbekommen, das auch wieder mal unser Mirko Trotschmann, unser Mr. Wissen2go, was gemacht hat zu Halle und zu Antisemitismus. Da geht's im Hauptfilm drum, den ihr dann angucken könnt bei VK oder Bitshoot, dies bei Wake News TV anschauen. Klar, wisst ihr ja mittlerweile, den Link dann in die Browserzeile kopieren und schauen, dass da keine Lehrstelle drin ist. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß. Mirko natürlich wie immer in gewohnter Form. Ciao!